Die PTB ist das Nationale Meteorologie-Institut Deutschlands. Die Kunst des Messens, also die Meteorologie, das ist unser Kerngeschäft. Die Gründerväter waren Hermann von Helmholtz und Werner von Siemens. Die Grundidee war, um die Forschung weiterzubringen, müssen Messergebnisse vergleichbar werden und dazu braucht es eine nationale Einrichtung. Man hat sich international auf das sogenannte SI-System geeinigt. Das SI umfasst die sieben Basiseinheiten. Ein Meteorologe versucht, immer exakter zu messen. Was ich schön finde in der PTB ist, dass man den Job als Naturwissenschaftler in seiner Reinform ausleben kann.